hallo meine lieben ich bin es wieder eure crazy sylvie und ich habe euch heute wieder ein easy peasy häkeltuch mitgebracht und das coole daran ist es besteht nur aus zwei musterreihen die ihr euch merken müsst ist also ideal mit für biergarten zum rausnehmen zum fußball gucken kinder im park spielen oder was auch immer noch genialer ist ihr könnt zwischen einer kompakten muster variante oder einer löchrigen muster variante variieren ihr könnt zum beispiel alles kompakt häkeln oder erhält alles löchrig oder ihr wechselt von bogenreihe zu bogenreihe von löchrig zu kompakt oder er häkelt den unteren teil kompakt und den oberen löchrig also easy peasy weil das so viele bogen sind ist das jetzt hier der crazy bogenschütze und der wird von unten nach oben gehäkelt ihr könnt den also in der größe ganz leicht anpassen so wie ihr das wollt und wenn ihr wissen wollt wie das gemacht wird dann bleibt ihr jetzt dran und ich zeige es euch so für dein tuch brauchst du natürlich wolle ich habe hierzu demonstrationszwecken einfach eine baumwolle genommen ihr solltet für euer tuch wenn es ein kleines tuch ist auf jeden fall mindestens 400 meter also beispielsweise in socken wollknäuel nehmen da eignet sich auch hier zum beispiel die schöne crazy socks cotton das gibt auch einen total interessanten effekt oder ihr nehmt ein lace garn damit geht es auch ihr könnt auch ein baumwoll garn nehmen also minimum so 400 420 meter dann wird es ein kleines tuch je mehr ihr nehmt desto besser mit 600 meter wird schon relativ normal mit 800 meter habt ihr ein schönes großes tuch so soviel dann natürlich passend zur wolle eine häkelnadel ich habe hier heute meine radio olivenholz und ich habe zettelchen und stift hier liegen weil ich euch natürlich jederzeit aufzeichnen was wir tun und damit ihr euer strickmuster zu hause ist natürlich ein häkelmuster und kein strickmuster damit ihr euer häkelmuster zu hause habt empfehle ich euch das auch neben das video zu legen dann könnt ihr nämlich mit zeichnen so jetzt fangen wir an mit einem fadenring ich mache ja gerne den fadenring aller see wie das wisst ihr das heißt den machen wir andersrum den ich legt mir eine schlaufe also ich kreuze einfach die garne und nehmen dann nicht den arbeitsfaden also nicht den da sondern den hier dafür muss der endfaden unten drunter liegen ja also unten drunter dann kann ich den hier reingreifen und dann kann ich mir hier eine schlaufe ziehen die kann ich nämlich auch am endfaden festziehen und damit kann ich meinen fadenring festziehen ich mache bei euch mit euch das nächste mal auch einen richtigen fadenring der fällt vielen schwer deswegen mache ich es immer so das ist schön komfortabel und zieht sich vor allen dingen gut so so auch wenn ihr einen richtigen fadenring legt dann macht ihr natürlich an dieser stelle jetzt das gleiche so ihr greift hier rein und holt euch na komm her holt euch eine schlaufe raus und jetzt halten wir das hier gut fest damit uns das nicht flöten geht und jetzt machen wir drei luftmaschen als ersatz für das erste stäbchen und jetzt tekeln wir hier in diesen ring noch zehn weitere stäbchen rein eins zwei drei vier sechs sieben acht neun und zehn jetzt müssen wir einmal nachzählen das müssten jetzt insgesamt elf sein eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ich habe ein zu viel gemacht das müssen wir noch mal nachzählen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf ich habe tatsächlich ein zu viel gemacht das lösen wir natürlich wieder auf das brauchen wir nämlich nicht so jetzt kann ich hier unten zu ziehen und da habe ich meinen anfang auch schon geschaffen und das ist hier so eine so ein halber ring so jetzt machen wir an dieser seite acht luftmaschen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht so jetzt überspringen wir hier drei stäbchen das heißt 123 überspringen wir und häkeln in die mittleren fünf stäbchen fünf feste maschen eins eins zwei drei drei vier fünf so und jetzt machen wir noch mal fünf luftmaschen 345 und häkeln ein stäbchen hier in die letzte luftmasche ihr könnt das auch wenn ihr da schlecht rein kommt hier hinten einfach in den bogen machen das funktioniert auch gut so so sieht der anfang von unserem tuch jetzt aus was haben wir gemacht zeichnen wir mal auf wir haben im fadenring begonnen und dann haben wir hier elf stäbchen reingemacht drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf so so das war die erste dann ist jetzt die zweite wir haben hier zum steigen drei luftmaschen gemacht und dann um hier rüber zu kommen fünf eins zwei drei vier fünf also insgesamt acht luftmaschen und haben dann hier auf die mittleren fünf feste maschen gemacht jetzt seht ihr auch warum wir hier nur fünf luftmaschen machen eins zwei drei vier fünf weil hier hinten nämlich ein stäbchen reinkommt und dieses stäbchen sind die drei luftmaschen die wir hier ersetzen so das war reihe zwei und dann geht es natürlich weiter mit reihe drei und reihe drei ist auch ziemlich einfach reihe drei heißt in jedem bogen hier also ich muss erstmal anfangen mit eins zwei drei luftmaschen als ersatz für mein erstes stäbchen und dann gehen jetzt in diesem bogen wieder zehn stäbchen hinein eins zehn so da ist mein erster bogen wieder behäkelt und jetzt hier in die dritte feste masche also in die mittlere hier ist eins zwei drei da hinten sind noch zwei setze ich hier wieder wieder eine feste masche ein und damit ist mein bogen jetzt verankert und jetzt setze ich hier hinten elf stäbchen rein wenn ich das denn kriege eins zwei zehn elf so sieht das jetzt aus und dann geht es jetzt weiter also wir haben jetzt hier überall in diese bogen wir haben erstmal hier drei luftmaschen zum hochkommen gemacht eine reihe drei und dann eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn dann haben wir hier eine feste masche in die mitte und dann hier wieder zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf fünf stäbchen und damit ist auch diese reihe beendet jetzt geht es natürlich weiter jetzt kommt wieder unsere reihe mit den bürgen und die machen wir wie zuvor auch das heißt ich mache hier acht luftmaschen eins eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht so und dann hier die ersten drei auslassen eins zwei drei und in die mittleren fünf fünf feste maschen eins eins zwei drei drei vier und na komm her fünf und jetzt wieder fünf luftmaschen eins zwei drei vier fünf hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken da ist unser erstes stäbchen gewesen und hier lassen wir auch drei aus eins zwei drei und häkeln hier in die mittleren fünf stäbchen fünf feste maschen und jetzt wieder eins zwei drei vier fünf luftmaschen und ein stäbchen hier in den letzten zwischenraum das bildet wieder und sein bogen der es dann gerade macht so das heißt machen hier wieder das gleiche wie zuvor also eins zwei drei luftmaschen zum hochkommen eins zwei drei vier fünf luftmaschen um hier in die mitte zu kommen die ersten drei lassen aus und dann machen wir hier drei vier fünf feste maschen hin dann kommen hier eins zwei drei und dann hier wieder fünf feste maschen in die mittleren fünf festen maschen fünf und dann hier wieder eins zwei drei vier fünf und das stäbchen was die verbindet so das ist reihe vier ihr werdet es jetzt sicherlich schon erraten haben reihe fünf ist dann folgendermaßen erst mal drei luftmaschen zum hochkommen und dann wieder eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn stäbchen und hier die feste masche in die mittlere feste masche und dann hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf stäbchen natürlich und hier in die mittlere feste masche auch eine feste masche und dann hier wieder eins zwei drei fünf sechs sieben acht neun zehn elf stäbchen rein und das ist der nächste bogen so das mache ich jetzt hier natürlich auch das heißt ich behägele hier wieder meine bögen mit den stäbchen eins zwei drei feste maschen zum rauch kommen und dann hier meine stäbchen rein und ich setze ja immer nur meine stäbchen hier rein und ich glaube das schafft ihr die ganze reihe über hinweg und danach wird eigentlich nur noch wiederholt ich mache mal die reihe fertig und dann zeige ich euch noch wie die wiederholung aussieht und ich zeige euch noch eine mustervariation die ihr hier auch ganz hervorragend häkeln könnt also bleibt dran ich häkel die reihe fertig und dann geht es weiter hier ist meine fertig gehäkelte reihe das sind die drei bögen die ihr hier sehen könnt und ihr seht ich habe die nächste bogenreihe schon oben drauf gesetzt das ist nämlich im grunde genommen sehr sehr einfach jetzt ihr fangt hier immer wieder an mit acht luft maschen also drei zum hoch kommen fünf zum rüber kommen drei überspringen und dann hier auf die mittleren fünf eure fünf festen maschen setzen hier kommen auch wieder die fünf festen maschen hin und hier kommen natürlich auch wieder die fünf festen maschen hin so und dazwischen kommen eins zwei drei vier fünf luft maschen eins zwei drei vier fünf luft maschen die hinten kommen eins zwei drei vier huch die sind natürlich falsch eins zwei drei vier fünf luft maschen und ein stäbchen so wenn wir das haben kommen natürlich hier wieder unsere muschelbögen drauf und die setzen wir hier immer wieder drauf so damit wird das tuch insgesamt natürlich immer wieder größer das heißt ihr müsst euch eigentlich immer nur merken fünf luft maschen fünf feste maschen fünf luft maschen fünf feste maschen die gehen hier immer einher und daraufhin dann elf stäbchen damit werden das hier höhere bögen so ihr könnt die bögen noch ein bisschen höher gestalten wenn ihr hier statt fünf luft maschen sieben luft maschen nehmt dann das geht auch dann müsst ihr hier an der seite statt acht einmal zehn luft maschen nehmen und auf der anderen seite natürlich auch sieben und das stäbchen ihr könnt aber auch wenn euch das zu kompakt ist diese muscheln noch ein bisschen auflockern im moment sieht ja eine muschel so aus wir haben hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf stäbchen auf diesem fünf luft maschen bogen wenn ich jetzt hier jedes zweite stäbchen weg lasse und dann sieht das so aus dann muss ich das durch eine luft masche ersetzen das heißt ich habe hier stäbchen luft masche drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf das heißt ich habe hier insgesamt nur sechs stäbchen und dazwischen aber luft maschen auf den zwischen den bögen damit habe ich am ende die gleiche maschenzahl aber das wird lockerer wie das natürlich aussieht möchte ich euch hier gern zeigen noch ich beginne jetzt hier auch mit drei stäbchen drei luft maschen natürlich als ersatz für mein erstes stäbchen aber ich setze noch eine vierte luft masche dazu das ist natürlich die dies hier rüber bringt so und jetzt stäbchen luft masche stäbchen luft masche stäbchen luft masche am ende haben wir sechs stäbchen eins zwei drei vier fünf dann wäre das das letzte stäbchen so und das verankere ich natürlich auch hier in der mittleren festen masche das heißt das sieht am ende ist das natürlich genauso nur ist es hier um einiges luftiger das machen wir natürlich auch hier in der mitte das heißt stäbchen luft masche stäbchen luft masche und hier ist mein sechstes stäbchen da hängen wir natürlich hinten keine luft masche dran so und auch das hier in die mitte reiten doch habe ich mein städchen nicht fertig gemacht doch habe ich so jetzt und hier in die mitte rein ihr seht also das ist hier um einiges natürlich fluffiger und weniger kompakt als hier unten das kann ich natürlich dann an der stelle auch konsequent durchziehen bis zum ende der reihe und das mache ich jetzt mal eben sechs so ihr seht also die sind hier viel viel luftiger wenn ich jetzt meine bürgen drauf setze eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht dann habe ich ja hier keine drei stäbchen das heißt ich habe hier das erste die luftmasche und das zweite und dann habe ich hier das letzte die luftmasche und das und das sind meine beiden mittleren stäbchen das sind auch fünf maschen ich habe nämlich hier die luftmasche als eins zwei das stäbchen drei die luftmasche vier das stäbchen fünf die luftmasche und das können wir folgendermaßen behäkeln ich gehe hier in den zwischenraum rein häkel eine feste masche eine feste masche ins stäbchen eine feste masche in den zwischenraum eine feste masche ins stäbchen und eine feste masche in den zwischenraum dann sieht das so aus und dann hat man das krönchen hier oben auch noch ein bisschen mehr auseinander so dann kann ich wieder 1 2 3 4 5 luftmaschen machen und auch hier am anfang die ersten beiden stäbchen da sind sie übergehen und dann immer einmal unter die luftmasche und einmal in das stäbchen luftmasche 3 stäbchen 4 luftmasche 5 da haben wir den nächsten und dann haben wir hier wieder 1 2 3 4 5 luftmaschen und auch hier machen natürlich am ende immer wieder genau das gleiche also es wechselt immer zwischen einer reihe stäbchen und einer reihe die ihr nur mit festen maschen und luftmaschen 1 2 3 4 5 übergeht damit das hier auch alles gut hinhaut so und dann bekommt ihr natürlich am ende ein ganz süßes schnuckeliges und einfaches tuch so 1 2 3 4 5 und das letzte mal hier in den letzten bogen so und dann passt das auch so so sieht das also aus entweder mit mehr luft drin und mit luftigeren bögen oder eben die kompakte variante ihr seht eins das wird hier unten so ein bisschen kruckelig das ist nicht schlimm das darf so sein denn am ende wenn ihr das tuch fertig habt müsst ihr das natürlich baden und spannen und dann spannt ihr das schön aus und dann gebt ihr dem tuch damit seine finale formen die sieht dann nämlich so aus das ist also ein ziemlich rechtwinkliges dreieck ihr könnt das aber auch flacher ziehen dann gibt es hier so ein bisschen strukturige bögen ich würde es aber in ein rechtwinkliges dreieck ziehen und dann ist das so fertig so mir bleibt jetzt noch danke fürs zuschauen zu sagen ich hoffe mein tüchlein gefällt euch und das kleine häkelmuster gefällt euch und wenn dem so ist dann lasst doch ein däumchen nach oben da und dann freue ich mich wenn wir uns im nächsten video wiedersehen